Also unser Projekt heißt Strandempfehlungen. Eigentlich sollte man es jetzt hier sehen können. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja immer verschiedene Aktivitäten, die man am Strand machen kann. Zum Beispiel, manche wollen nur baden gehen oder halt am Strand sich hinlegen. Manche wollen Kitesurfen oder Windsurfen oder Segeln. Und für alles braucht man ja unterschiedliche Indikatoren, so wie Temperatur, Windstärke oder Windrichtung. Und wir haben uns überlegt, auf unserer Website kann man dann eingeben, in welchen Regionen in Frage kommen würden für einen selbst und welche Aktivität man machen möchte. Und wenn man das dann auswählt, kann unsere App jetzt, unsere Website im Moment ausgeben, die Temperatur. Das sucht dann immer die wärmste Temperatur, jetzt zum Beispiel fürs Baden raus und zeigt genau diese dann an. Und wenn es mehrere Orte hat, die die gleiche Temperatur haben, dann gibt es eben beide Orte aus, dann kann man es sich selber aussuchen. Wir zeigen dann gleich auch noch eine Demo, wenn es funktioniert. Aber ich kann ja schon mal was zum technischen Hintergrund sagen. Die Website haben wir mit HTML und CSS programmiert, also den typischen Websitesprachen. Und das Backend, das haben wir mit Python programmiert. Also da kann man unsere Website sehen. Wir können auch jetzt gleich mal eine Live-Demo machen. Das heißt, wir geben in dem Suchfeld da eine Stadt ein oder mehrere Städte, wo man zum Beispiel jetzt gerne hinkommen würde. Das muss nicht unbedingt realistisch sein. Also man kann zum Beispiel auch München eingeben, wobei da kein Strand ist. Und dann sucht man sich eben eine Aktivität aus. Das ist auch so, dass man sich nur eine Sache aussuchen kann, da ja je nach Sache unterschiedlich die Windbedingungen sein müssen. Und deswegen ist es eben so, dass man nur eine Sache auswählen kann. Man möchte ja zum Beispiel nicht gleichzeitig Wind- und Kitesurfen, sondern nur eine Sache machen. Und jetzt gehen wir auf Pester Strand. Das sendet das Ganze dann zurück. Und wenn wir Internet hätten, dann würde das funktionieren. Das Internet ist, glaube ich, im Moment wieder weg. Und theoretisch müsste uns das jetzt die beste Stadt ausgeben. Das Ganze haben wir, wie gesagt, ja schon mit HTML und CSS gemacht. Da können wir auch nochmal kurz den Code zeigen. Und den sehen Sie hier. Das ist der für HTML. Und das Backend haben wir in Python geschrieben. Da haben wir auch noch den Code da. Und das wertet letztendlich die Daten aus und schaut, welches der beste Strand ist. Und natürlich muss man irgendwie schauen, welcher jetzt der beste Strand ist. Und diese Kriterien machen wir über Wetterdaten. Die Wetterdaten haben wir von einer Website, die heißt Open Weather Map. Und da werden Wetterdaten für alle öffentlich zugänglich dargestellt. Und mit einer API konnten wir uns die dann praktisch in unser Programm reinholen. Und dann haben wir die ausgewertet. Wir brauchen aber nicht alle Daten, sondern nur bestimmte. Nämlich die Temperatur, die Windrichtung, die Windstärke und die Regenwahrscheinlichkeit. Und dann haben wir eben jetzt im Moment nur die Temperatur eingebaut. Das heißt, mit diesem Python-Programm sucht raus, welcher Ort jetzt die wärmste Temperatur hat. Und gebt den am Schluss aus. Und das ist auch so, das haben wir ja schon gesagt. Wenn zwei Orte die gleiche Temperatur haben, kann man sich selbst entscheiden, wo man hingeht. Dann werden beide Orte mit der Temperatur ausgegeben. Unsere Zukunft ist, dass wir eben einmal das schauen, dass wir das noch fertig machen. Also, dass wir noch schauen, dass wir Windrichtung und so weiter noch einbauen. Und zum zweiten Mal wollen wir überlegen, ob wir Webcams tracken können. Es gibt nämlich zum Beispiel von vielen Küstenorten Webcams. Und dann können wir schauen, wie überfüllt die Strände sind. Und dann die Leute zu dem Strand schicken, der nicht so überfüllt ist wie ein anderer Strand. Das können wir auch noch mit einbauen. Das ist dann eben ein weiteres Kriterium, an welchen Strand man am besten gehen sollte. Wahnsinn.